ich würde mich wahrscheinlich beim tragen sowieso eher vergiften ich würde mich würde mich würde gut dann guck ich mal dass ich nach hause finde 8 1 3 4 5 6 7 8 Soll ich es jetzt hier raus. Ich hoffe es sehen uns mal. Ja, ich glaube ich ziemlich doof, wenn man den Emerald hier liegen lassen. Oh, ja! Das war's. Okay, das ist interessant, ähm, wir haben kein Holz mehr dabei, scheiße. Schade. Ich habe mir eine Dia-Spitzacke machen können und hier, ähm, irgendwie das Wasser runter transferieren. Aber das geht vielleicht trotzdem. Dann weiß ich nämlich schon, wo ich meinen Obsidian herkriege. While haまで sich ein their weggen, wa hüten, wie es lämmen wird. Auch mal hier, äh, wie kohene wie kohen. Die Kilo geht an den Kilo. Ich nehme hier aus und sehe aus und sehe aus. Ich bin hier in derędrigen Kilo. Alles zählen. Wenn ich jetzt so gut loswerden, ich meinte es müsste hier irgendwas sagen nickel Diamanten Hammer, nice Oops Läuft Läuft Sit down Perfekt. Gut, soweit, äh so gut, jetzt gehen wir gerade mal noch die Diasolen, dass wir die nicht vergessen, tja, das habe ich mir schon fast gedacht, was ist denn das? Wer, äh, ah, seltene Erde, stimmt, das hat man ja das letzte Mal auch schon irgendwann gefunden. Geplant und wird es dann auch, okay. Ich schmeiß jetzt das mal weg. Und die können wir eigentlich essen. So, jetzt aber nach oben, ey. Ich hoffe mal, dass ich das, äh, hier wieder irgendwie finde dann. Ach, ich war schon viel höher. Warte mal, ich finde mich auch hier einfach hochbuddeln irgendwie. Ich bin nicht mehr. 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 Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, 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 doch, ach, nice, okay. Okay, gut, jetzt haben wir einiges an Ressourcen gefarmt. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Und dann... Warum nervt mein Handy die ganze Zeit? Mensch, stört die ganze Zeit das Handy. Es nervt nicht, es stört. So, jetzt war halt... Wie immer ist die Frage, wo geht's zur Höhle raus? Hier nicht. Ich weiß nicht, ob es hier eigentlich raus ging, aber ich gehe einfach mal hier raus. Wo komme ich hier raus? Wo bin ich denn hier? Ich kann es hier nicht. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Ey, was machst du denn jetzt schon wieder? Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Vielen Dank.